Ja, heute komme ich zu einer anderen Seite, und zwar dieser hier, man sieht es, Japanese Teaching Ideas. Also, hier haben wir Spiele, Grammatik, Songs, alles mögliche. Hier sind jetzt immer die neuesten Sachen zu sehen, und ja, wo sollen wir da anfangen? Einfach mal hier. So, jetzt sind wir hier im Bereich Flashcards. Man kann sich diese Flashcards runterladen oder im Internet direkt dann bearbeiten oder damit spielen. Steht hier auch immer die Erklärung, entweder wenn es im Internet direkt ist, ist hier eben der Link. Ja, so vielleicht besser. Und hier zum Beispiel wäre eine PowerPoint-Präsentation. Dann einfach hier Download und dann warten, bis es aufgeht. Und dann ist es runtergeladen. Dann öffne ich es mal. Das ist halt jetzt in dem Fall, ähm, Englisch. Gehen wir mal kurz die Seiten so durch. Es ist nett aufgemacht. Und hier, Okudasai, please. Ja. Pen Okudasai. Ask for things. Okudasai. Hier die entsprechenden Bildchen. Dann die Sätze. Die Lösung also da dazu. Eine kleine, ja, Konversation. Dann ist die Übung, ob man drauf antworten kann mit Hi, Dozo und Arigato. Ja. Also hier auch wieder Übung. Also ich finde das sehr nett gemacht auf dieser Seite. Dann gibt es ja nicht nur Flashcards und sonst was. Gehen wir mal in Grammar rein. Ja. Etwas, das vielleicht schon ein bisschen bekannt ist. Hier Suki-like mögen, ne? Was gibt's denn hier so alles? Und mir leid für das viele rumzoomen, aber die Seite ist halt ein bisschen anders aufgebaut. Ok, jetzt haben wir hier als kleine Vorschau, kann man sehen, die Übung. Äh, Sports und Hobbys. Was ich halt für Sport und Hobbys nehme. Und dann muss man dementsprechend immer die Sätze hier vervollständigen mit den angegebenen Wörtern. Und weiter unten ist eben halt, ja, so ein Rätsel, wo man halt die Wörter eben halt so einkreist. Und die, ähm, ja, die Wörter muss man dann finden. Ja, was haben wir hier noch? Hier vielleicht. Also, sehr viel Mühe immer gegeben. Dann geht's um Sakawado. Und da ist hier die Erklärung dazu, Grammatik und dann hier Platz für Übungen. Das hier sieht noch interessant aus. Ja, hier. Eben auch geht's darum, die Sätze zu vervollständigen. Äh, du, also, äh, magst du das und das? Das, was hier auf dem Bild drauf ist. Und dann, äh, kommt eben halt die Antwort mit Ja oder Nein. Das ist zum Thema Grammar. Bilder sind jetzt hier eher mehr wie hier zum Beispiel auch wieder Flashcards, wo man eben die Wörter lernen kann. Äh, ja, der ist ganz lustig. Die Melodie ist von Bruder Jakob. Singen tut man eben halt Ohayo, Ohayo, Konnichiwa, Konnichiwa, Sayonara, Sayonara und so weiter. Ja. Hier jetzt, äh, von YouTube selber oder in YouTube zu sehen, gibt's ja auch diese, äh, Videos. Hier, bei dem sieht man was. Äh, die Zählwörter sind jetzt hier. Oder hier gibt's jetzt auch was Lustiges, äh, ich mach's mal an. Da geht's um Farben. Also sehr nett gemacht. Auf der Seite gibt's wirklich viel zu entdecken. Ich hab da auch einige Sachen gefunden, die ich, äh, ja, schon bearbeitet habe. Und dann komm ich zur nächsten Seite. Tschane! Tschöne. Vielen Dank.